Na, er muss es ja wissen. Seit 30 Jahren spielt Wolfgang Barrow bei GZSZ schon den Fiesling Jo Gerner. Ob der nach drei Jahrzehnten wohl schon auf den heute 64-Jährigen abgefärbt hat? Als wir den Schauspieler und seinen Sohn David in Berlin zum Interview treffen, wird schnell klar, Wolfgang ist gar nicht so streng wie Gerner, ganz besonders dann nicht, wenn es um sein Enkel Chen geht. Wie der GZSZ-Star privat tickt und wie es für David war, mit so einem berühmten Vater aufzuwachsen, zeigen wir oben im Video. GZSZ-Star ist ein super entspannter Opa. Sitz gerade, sei nicht so laut, hör auf zu schmatzen, jetzt reiß dich mal zusammen, ob Wolfgang Barrow solche Sätze wohl zu seinem Enkelsöhnchen Friedrich, 3, sagt? Die Antwort lautet ganz klar, nein. Der GZSZ-Schauspieler ist als Opa nämlich ganz besonders zahm, wie Wolfgangs Sohn David uns beim VAUNET-Event in Berlin erzählt. Also gerade privat ist er ein super entspannter Opa mittlerweile. Das macht er wirklich ganz, ganz toll. Jo Gerner hat nichts mit dem echten Wolfgang Barrow zu tun, ja, der private Wolfgang hat wirklich sogar nichts mit dem Fernsehgerner zu tun und ist ein extremer Gegensatz zu der Rolle. Seine Mutter sei sogar bedeutend strenger, wie Sohnemann David im RTL-Interview enthüllt. Eine Sache steht bei dem GZSZ-Schauspieler und seinem Enkel Chen übrigens ganz hoch im Kurs. Verstecken spielen. Wenn der 64-Jährige den kleinen Friedrich sucht, ist Spaß im Hause Barrow garantiert. Da geht einem doch glatt das Herz auf. Da geht einem doch glatt das Herz auf.